Zum Modelljahr 2020 setzt Volvo also die Elektrifizierung fort. Neben dem Topmodell V60 T8 hält mit dem T6 Twin Engine AWD eine weitere Plug-in-Hybrid-Version Einzug in den Premium-Sportkombi. Beide Varianten bieten dank einer 1,6 kWh Batterie maximal 56 km Reichweite im reinen E-Betrieb. Eine Systemleistung von 340 PS, ein Drehmoment von 590 Nm und 250 Spitze, das waren früher mal Werte eines Sportwagens. Heute reicht dafür ein 2 Liter Turbokompressor mit Benzindirekteinspritzung und eben mit dem Elektroboost an der Hinterachse. Der Spritverbrauch wird angegeben mit 1,7 bis 1,8 Liter, der Stromverbrauch mit 15,8 bis 16,5 kWh auf 100 km. In der Realität kann man vom doppelten Verbrauch ausgehen und bei unseren Fahrten inklusive Schleudergang physikalisch nicht einhaltbar. Dennoch ziemlich respektabel für solch ein Kraftpaket. Ein Blick auf die Abmessungen zeigt, in der Länge wuchs er im Vergleich zu seinem Vorgänger auf 476 cm. Die Breite ohne Außenspiegel misst 185 cm. Gleichzeitig ist er mit 143 um fast 6 cm flacher als bisher. In der schwedischen Modellpalette verdeutlicht er also seinen Platz als sportlichste Variante. Das bei Kombis immer geforderte Ladevolumen reicht hier im gerade geschnittenen Gepäckabteil von 529 bis maximal 1441 Liter. Die Liste der Sicherheitssysteme ist bei Volvo traditionell viel zu lang, soweit man nicht vorhat, die Gebrauchsanweisungen zu verfilmen, wie es einige Halbstünder auf YouTube zeigen. Neu sind allerdings Abwerk, Heathered Light und Slippery Road Alert, mit denen sich Fahrzeuge über Cloud-basierte Kommunikation gegenseitig vor rutschigen Fahrbahnen und anderen Gefahrenstellen warnen. Denn alle Assistenz soll ja verhindern, dass der Wagen unkontrolliert ausbricht. Bloß das finden Motorjournalisten und besonders Kameramänner viel zu langweilig, weshalb auf dem Parcours all die teure Technik wieder ausgeschaltet wird. Auch wenn hier extreme Fahrmanöver inszeniert werden, steht die Marke ja eher für Vernunft und Verantwortung. So ermöglicht Volvo on Call erstmals auch eine private Carsharing-Funktion, mit der Freunde und Familie sich das Fahrzeug auf unkomplizierte Weise teilen können. Hoers Hammer ist allerdings die Bestätigung, dass ab Mai 2020 alle Volvos bei 180 kmh abgeregelt werden. Wobei die Schweden formulieren, es würde bei 180 abgesichert. Wirklich alle, wollten wir wissen? Nein, Polizei und andere Rettungsdienste bleiben ausgenommen. Sowas geht natürlich nicht ohne Leckerli. In einem Joint Venture hat Volvo die Schwedenversicherung gestartet und die bietet den Käufern der 180er Volvos einen um 35% niedrigeren Versicherungsbeitrag an. Hm, mutig war unser erster Denkimpuls. Aber mal Hand aufs Herz. Sind Sie jemals von einem Volvo auf der Autobahn von der linken Spur gekegelt worden? Wir können uns selbst als Vielfahrer an dergleichen nicht erinnern. In einer winsung im Flugraum. Wenn Sie sie im Flugverle SutOren einladen, ist neu. In einem Motivor Klar kontakt